Hallo People und herzlich willkommen bei dieser 47. Episode von meinem Podcast mit Network Marketing to the Moon. Es wird eine Doppelfolge, denn es wird eine Real Talk Folge. Basierend auf die letzten dreieinhalb Jahre Erfahrung, die wir sammeln konnten im Network Marketing, ist mir nämlich eins aufgefallen. Und zwar, es wird doch von Network Marketing gesagt, dass jeder Erfolg haben kann in diesem Business. Die Wahrheit ist aber eine andere. Es ist ein Business, es ist simpel, aber nicht alle Menschen sind zu 100% geeignet, um im Network Marketing erfolgreich zu sein. In dieser Episode löse ich auf, ich erzähle dir, welche Charaktereigenschaften bzw. welche Menschentypen nicht wirklich für Network Marketing gemacht sind. 3, 2, 1, 0 und Liftoff. Network Marketing ist easy. Es ist unmöglich, dass du keinen Erfolg hast. Jeder kann mit Network Marketing erfolgreich werden. Die Wahrheit ist eine andere. Dreieinhalb Jahre Network Marketing haben mir gereicht, um zu verstehen, dass Network Marketing ein Business der Minderheit ist. Nicht alle Menschen können erfolgreich sein im Network Marketing, denn es braucht ein paar Eigenschaften, um wirklich den Erfolg zu erlangen. Auf der anderen Seite gibt es typische Charakterzüge oder typische Eigenschaften, die ganz klar darauf hinweisen, dass diese Person wahrscheinlich nicht wirklich Erfolg haben wird im Network Marketing. In dieser Doppelfolge werde ich im Ganzen sechs Charaktereigenschaften oder sechs Menschentypen aufzählen, die nicht wirklich erfolgreich sein können im Network Marketing. Es sei denn, man möchte es wirklich und man ist bereit, diese Eigenschaften, diese Charakterzüge zu beseitigen, zu ersetzen und sich wirklich diesem Business zu orientieren, damit auch du erfolgreich sein kannst. Starten wir mit der ersten Eigenschaft. Du hast falsche Erwartungen. Grundsätzlich kann man sagen, dass Menschen, die falsche Erwartungen haben, nicht wirklich erfolgreich sein können im Network Marketing. Was bedeutet das aber genau? Erwartungen oder falsche Erwartungen haben, sind, wenn deine Ziele deinen Taten nicht entsprechen. Wenn du das Gefühl hast, dass du deine Träume realisieren kannst, aber nicht das Nötige aufbringst oder nicht genug Zeit investierst, nicht lange genug ausharrst, damit das überhaupt eintreffen kann. Ich gebe dir ein Beispiel. Du startest im Network Marketing, aber bist nicht bereit, Zeit, Energie zu investieren. Du bist nicht coachable. Du hast das Gefühl, du hast das Rad neu erfunden. Und gleichzeitig erwartest du aber, dass deine Menschen dir zuhören, dass sie es dir nachmachen, dass sie auf deine Ratschläge Acht geben und diese auch befolgen. Das hat mit der Realität nichts zu tun, denn du bist ja die erste Person, die nicht wirklich coachable ist, die nicht wirklich den Ratschlägen des eigenen Sponsors und der eigenen Upline folgt. Und deswegen wird es sehr wahrscheinlich auch nicht so in deiner Downline passieren, denn du kannst kein Vorbild sein, wenn du nicht selbst es irgendjemand nachmachen möchtest oder wenn du nicht coachable bist. Das andere ist, falsche Erwartungen entstehen, wenn du zu hoch gesteckte Ziele hast, die, wie gesagt, nicht deinen Taten entsprechen. Innerhalb von zwei, drei Monaten fünfstellige monatliche Beträge zu erwirtschaften, ist nicht wirklich realistisch. Trotzdem gibt es sehr viele Menschen, die haben das Gefühl, sie schreiben sich im Network Marketing ein, kaufen den Aktivierungskit, erwerben damit die Lizenz, geben Gas und sie wünschen sich, dass noch im selben Monat vierstellig, fünfstellig verdient wird im Network Marketing, aber das funktioniert nicht. Und dazu mache ich dir, wie immer, das Beispiel oder den Vergleich mit dem traditionellen Business, wo jeder eigentlich eine Berufslehre macht, um einen Beruf zu erlernen. Während der Berufslehre entspricht die monatliche Entlöhnung absolut nicht dem, was du nach dem Abschluss verdienen kannst. Ich nehme mein Beispiel. In der Schweiz habe ich die Lehre des Informatikers gemacht. Ich habe in den ersten vier Jahren Berufslehre, also in den vier Jahren Berufslehre, zwischen 800 und 1400 Euro monatlich verdient. Sobald ich diesen Abschluss hatte, konnte ich eine Stelle antreten, wo ich zwischen 6.000 und 7.000 Euro monatlich verdient habe als 21-Jähriger. Das ist natürlich ein Riesenunterschied. Deswegen, Menschen starten im Network Marketing und eigentlich sollte man im Klaren sein, dass wenn du mit diesem Business startest, es am Anfang absolut wichtig ist, dass du lernst. Und während du lernst, wächst du. Und während du wächst, verdienst du von Monat zu Monat höhere Provisionen. Aber die Erwartungen in den ersten paar Monaten dürfen nicht zu hoch sein. Oder es darf nicht etwas sein, was dich dann innerhalb von dieser dreimonatigen Frist entscheiden lässt. Ah, Network Marketing ist nichts für mich. Ich dachte, ich erreiche das. Aber ich habe nur einen Bruchteil davon erreicht. Deswegen ist es absolut wichtig, mit den richtigen Erwartungen ins Rennen zu gehen. Nicht nur den Erwartungen, die du gegenüber der Profession, diesem Beruf Network Marketing haben sollst, aber auch vor allem die Erwartungen gegenüber dir selbst. Denn du bist entscheidend in diesem System. Du machst den Unterschied. Und wenn auf beiden Seiten dieser Waage, also Erwartungen und Taten, nicht ein gleich schweres Gewicht folgt, dann wird es nicht aufgehen und du wirst enttäuscht sein. Dieser erste Punkt bringt uns auch gleich zum zweiten Punkt. Und zwar, wenn du kein Durchhaltevermögen hast, dann wird es für dich schwierig sein im Network Marketing. Falsche Erwartungen bringen dazu, dass du schnell Erfolg haben möchtest oder dir erhoffst, dass Erfolg schnell eintritt. Aber Erfolg entsteht nicht über Nacht. Du musst bereit sein, eine Phase deines Lebens zu investieren, um dann in vollen Zügen den Erfolg zu geniessen. Eric Worre, einer der bekanntesten Network Marketing Coaches der Welt, er sagt, Unternehmertum im Network Marketing bedeutet, durch eine Phase zu gehen, wo du unterbezahlt wirst, um in eine Phase zu gehen, wo du verbezahlt wirst, um in eine Phase zu gehen, wo du übermässig bezahlt wirst, was wir dann als Erfolg betiteln. Aber wenn du nicht bereit bist, die ersten beiden Phasen auszuhören, durchzustehen mit all den Hürden, Schwierigkeiten, wenn du nicht ready bist, die nötige Resilienz aufzubauen, die es dir ermöglicht, jede Art von Herausforderungen zu meistern, zu verstehen, wie man Probleme löst, dass man ein lösungsorientiertes Mindset entwickeln kann, indem man nur 1% in das Verständnis des Problems investiert und 99% dafür nutzt, um eine Lösung auszuarbeiten, all diese Faktoren werden dazu beitragen, dass auch du erfolgreich bist, aber du musst durchhalten können, auf die Zähne beißen können. Das Business, das läuft nicht immer rund. Network Marketing ist ein sehr dynamisches Business mit einem sehr dynamischen Umfeld. Die Begebenheiten, sie ändern sich teilweise auf täglicher Basis und du musst auch mit diesen Änderungen durchgehen. Heute bist du hier, morgen bist du da, gefühlstechnisch zumindest, und du musst einfach die nötige Härte entwickeln, damit du einfach weitermachst und damit der Tag morgen besser wird als der heutige Tag. Denn eins habe ich im Network Marketing gelernt. Es gibt keine schlechten Tage. Es gibt Tage, an denen wir lernen und es gibt Tage, an denen wir feiern und zelebrieren, weil sie übermässig gut waren, aber schlechte Tage gibt es nicht. Denn alles, was dir geschieht, geschieht für dich, um dich weiterzubringen, um dich härter zu machen, um dich auch kompetenter zu machen. Das heisst, es ist in schwierigen Zeiten, wo du einfach das nötige Know-how und die nötige Erfahrung sammelst, damit du dann in einfacheren Zeiten noch besser performen kannst. Wer das Gefühl hat, dass Network Marketing eine easy journey aufwärts ist, aufwärts im Sinne von karrieremässig oder ein Spaziergang gegen runter ist, das wird nicht funktionieren. Es wird nicht einfach sein. Das heisst, wir müssen verstehen, dass das Leben eines Unternehmers im Network Marketing aus Hochs und Tiefs besteht. Die Erfahrungen der letzten dreieinhalb Jahre haben uns gezeigt, dass vor allem in diesen Tiefmomenten wir unglaubliche Lösungen entwickelt haben, die uns dann wieder in ein Hoch gebracht haben. Was ist das Problem? Wenn du nicht durchhalten kannst, dann wirst du sehr wahrscheinlich beim ersten Tief aufgeben. Aber es gibt gar keine Hochs ohne Tiefs. Sonst wären wir völlig flach unterwegs. Das heisst, ich muss Hochs erleben, um dann auch wieder Tiefs zu erleben, die mir einiges beibringen, um dann wieder in eine Wachstumskurve reinzugehen. Also, es ist Teil von dieser Reise. Deswegen, durchhalten ist die Devise. Einfach das Schiff nicht verlassen, sagt man. Denn im Network Marketing gibt es verschiedenste Faktoren. Manchmal gefällt es dir, andere Male ist es ein bisschen harziger. Manchmal passt dir das nicht. Passt dir nicht immer, wie die Firma gewisse Entscheidungen trifft, et cetera, et cetera. Viele haben das Gefühl, dass sie bei anderen Firmen besser aufgehoben sind, als bei ihren eigenen Firmen. Auch hier zitiere ich wieder Eric Worre. Er sagt, jede Firma hat Probleme. Man soll sich einfach entscheiden, mit welcher Firma man die Probleme haben möchte. Deswegen, wenn du siehst, dass du bei einer Firma gut aufgehoben bist, ich bin ein Fan einer Denkensweise, dass es immer eine Lösung ist, wenn man bereit ist, sich an den Tisch zu setzen. Hauptsache, man entscheidet, eine Grundeinstellung einzunehmen, dass man durchhält und durchbeißt. Deswegen, wenn du nicht ready bist, diese Eigenschaft zu entwickeln, wenn du sie noch nicht hast, ist Durchhaltevermögen sehr wichtig, um erfolgreich zu sein im Network Marketing. Hast du es nicht, willst du es nicht entwickeln, dann ist Network Marketing wahrscheinlich nicht eine Branche, die für dich geeignet ist. Kommen wir zu Punkt Nummer 3 oder Charaktereigenschaft, Menschentyp Nummer 3 und das sind Menschen, die nicht im Team arbeiten können. Also absolute Einzelgänger. Ich muss euch eingestehen, ich habe mit Network Marketing so einiges gelernt, wenn es darum geht, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Ich war vor Network Marketing bereits immer im Team unterwegs, denn ich war Projektleiter. Ein Projektleiter macht keinen Sinn ohne Team. Das heisst, ich hatte ein Team zu führen und deswegen lag es mir auch, wenn es darum geht, im Network Marketing zu arbeiten, denn es ist absolute Teamarbeit. Man hat wirklich das Vergnügen, mit Menschen zusammenzuarbeiten, mit Menschen auch Beziehungen einzugehen, die für die Langfristigkeit gedacht sind. Ich wünsche mir wirklich von ganzem Herzen, dass ich mit den bestehenden Teampartnern die nächsten 10, 20 Jahre dieses Business machen werde und deswegen lohnt es sich absolut, auch in diese Beziehungen zu investieren, die Menschen wirklich zu verstehen, damit man zusammen besser arbeiten kann. Jim Rohn, das ist ein anderer Guru von Persönlichkeitsentwicklung. Er war auch zeitweise ein Coach einer sehr grossen und bekannten Network Marketing Firma und der hat gesagt, Network Marketing ist ein System, wo jeder gewinnt und niemand verliert, wenn es richtig und mit einer gewissen Ethik gemacht wird. Das heisst, Teamarbeit ist die einzige Art von Arbeit, die aus Network Marketing ein System macht, wo jeder gewinnen kann. Wenn du nur auf dich schaust, wenn du ein Solo-Player bist, dann wirst du natürlich auch nur deine Interessen vertreten wollen und das funktioniert nicht, denn du bist für dein ganzes Team verantwortlich. Du sollst auch bitte mit deinem Sponsor und mit deinem Upline-Manager gut zusammenarbeiten können, weil nur dann generieren sich gewisse Dynamiken. Ich hatte es schon bei Punkt 1 angesprochen. Wenn du nicht ein Team-Player bist, also nicht coachable, nicht deinem Sponsor folgen willst, nicht deinem Upline-Manager folgen wirst, dann wirst du das Ganze auch nicht duplizieren können in deinem Team. Du wirst Schwierigkeiten damit haben, dass die Menschen nicht auf dich hören, dass jeder dann für sich selbst schaut, jeder ein Solo-Player ist und es gibt, ich denke, nichts Trauriges, als ein Team zu haben, welches kein Team ist, sondern aus lauter Solo-Players besteht. Oder, ich gebe dir ein konkreteres Beispiel, stell dir eine Fussballmannschaft vor, wo es nur lauter Cristiano Ronaldos gibt in dieser Mannschaft. Cristiano Ronaldo arbeitet zwar in einem Team, er spielt in einem Team, aber er ist von seinem Charakter her eher ein Einzelgänger. Es ist meistens das Team, welches für ihn spielt, damit er die besten Eigenschaften auch zum Vorschein bringen kann. Aber wären nur Cristiano Ronaldo im Team, würde jeder nur immer Tore schiessen wollen, jeder würde sich immer zur Schau stellen wollen, jeder würde nach einem Tor seine Show abziehen wollen, also es würde irgendwie gar nicht funktionieren. Und so ist es auch im Network Marketing. Jeder hat die eigene Position, das wird dadurch bestimmt, wo unsere Stärken, wo unsere Schwächen liegen, wie unser Charakter ist. Aber eins müssen wir alle gemeinsam haben und das ist die Offenheit und die Lust, im Team arbeiten zu wollen, denn ohne das, ohne Teamarbeit, ist Erfolg im Network Marketing nicht zu erreichen. Diese drei Charakterzüge oder Eigenschaften, die wir heute besprochen haben, ich wiederhole, falsche Erwartungshaltung, kein Durchhaltevermögen und die Fähigkeit, nicht zu haben, im Team zu arbeiten, sind die ersten drei Eigenschaften, die zeigen, für welche Menschen Network Marketing nicht wirklich geeignet ist. Also soll man sich auch nicht wundern, wenn nicht jedermann im Network Marketing erfolgreich werden kann. In der nächsten Episode oder in der nächsten Teilepisode werden wir drei weitere Eigenschaften anschauen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du das nächste Mal auch dabei bist. Lass mir doch in den Kommentaren wissen, was dich ausmacht, welche Eigenschaften dafür gesorgt haben, dass du doch schon einiges erreichen konntest im Network Marketing. Lass mir natürlich auch ein Like, wenn dir dieser Podcast gefallen hat. Abonniere meinen Kanal, falls du es noch nicht gemacht hast. Aktiviere die Glocke, damit du auch die nächsten Folgen nicht verpasst. Wenn du mir auf Social Media noch nicht folgst, am Ende von diesem Video werden meine Kanäle eingeblendet. Zögere nicht, folge mir auf Instagram, schreibe mir, falls du Fragen hast. Ich würde mich sehr freuen. Danke, dass du da warst und wir sehen uns das nächste Mal. Vielen Dank.